herzlich willkommen im café 23 mein name ist jan gaspar wir haben hier in diesem land in deutschland vor einigen jahren erlebt wie menschen einen wandel erzeugen konnten verursachen konnten indem sie einfach gesagt haben wir sind das volk wir wollen in dieser sendung heute schauen ob es notwendig sein könnte dass es jetzt soweit ist dass die gesamte menschheit aufsteht und sagt wir sind diese erde um einen notwendigen wandel eine notwendige veränderung hervorzurufen zu provozieren zu ermöglichen wir werden heute unter anderem über sehr ungewöhnliche kriegstechnik sprechen wir werden über die erde als waffe reden und darüber wie man dieses erst einmal sehr bedrohliche szenario vielleicht noch fünf minuten vor zwölf auflösen kann in seiner bedrohung von dieser erde vertreiben kann damit diese schrecklichen szenarien nicht eintreten ich habe mir wieder eingeladen professor doktor claudia von werlhoff sie sind soziologin sie sind politikwissenschaftlerin auch ökonomen und es mag vielleicht überraschen aber sie haben sich in ihrer interdisziplinären arbeit in der patriarchatskritik die eines ihrer forschungsschwerpunkte aus ausmacht sehr intensiv mit diesen technologien mit diesen neuen technologien auseinandergesetzt weil sie sagen und schreiben das ist eigentlich die perfektion auf eine perverse art und weise dieses patriarchaten systems ist vielleicht setzen wir genau dort einmal an und stellen mal da was für ein bedrohungsszenario sich aus ihrer forschungsarbeit heraus sich darstellt ja also ich eigentlich indem ich mich in den letzten jahren mit einer bestimmten technik kritik befasst habe aus patriarchatskritischer perspektive bin ich auf die arbeiten gestoßen dies dazu gibt und zwar dass es neue militär technologien gibt die eigentlich aus dem zivilen bereich kommen aber im wesentlichen militärisch genutzt werden und nicht so sehr zivil und die auf eine neue art auf einer neuen art beruhen die erde zu sehen der erfinder dieser technologien zumindest im prinzip ist nikola tesla der von 1856 bis 1943 gelebt hat und als erfinder der eigentlich aus kroatien stammt in kroatien geboren oder serbe war und dann in die usa ging seine entdeckung im bereich der elektrizität und des elektromagnetismus sind ja heute für uns alle zentral also alle unsere drahtlose übertragung und alle unsere neuen technologien beruhen eigentlich auf den erfindungen von tesla insofern sind sie auch zivil angewendet worden aber sie sind auf eine ganz schreckliche weise auch in den bereich der militärforschung eingegangen bevor wir in diese technologien im einzelnen einsteigen möchte ich gerne noch mal darstellen warum es für ihre arbeit eine so hohe relevanz hat sich mit diesen technologien im detail auseinanderzusetzen ja für mich ist das sozusagen der logische endpunkt einer entwicklung dieser patriarchal gesellschaft der als gar nicht mehr überboten werden kann nämlich die erde selber in den griff zu nehmen also als planet und sie als waffe zu verwenden beziehungsweise mit ihren kräften in einer zerstörerischen weise so umzugehen dass eine der versuch der er seit der neue zeit besonders betont wird nämlich natur beherrschen zu wollen sich inzwischen auf dem planeten selbst erstreckt also die die idee die erde zu verbessern indem man sie unter kontrolle bringt oder indem man auch jenseits ihrer eigenen art von lebendigkeit und ihrer eigenen zyklizität ihre kräfte gegen sie selber verwendet und vor allen dingen auch gegen uns also das ist für mich sozusagen der gipfel dessen was ich militär alchemie was im vom militär kommt nenne also das heißt die verbesserung der erde als ihre verschlechterung das werden wir gleich feststellen um damit zu behaupten damit einen macht anspruch auszuüben über den globus als solchen also nicht nur in der natur oder als über das leben sondern über den den globus also als das als als teil des sonnensystems das ist ja noch ein gewaltiger schritt in innerhalb der logik die der entwicklung der modernen techniken also die erde praktisch in eine maschine verwandeln zu wollen es wird da zum beispiel auch geredet von systemfähigkeit die systemfähigkeit der erde verbessern das heißt sie wird betrachtet als eine potenzielle maschine die man an und abstellen kann in ihren energien und in ihren wirkungen das ist das ziel einer clique und elite von militärforschern und militärs die sich dieser technologie bemächtigt haben im übrigen zuerst zunächst einmal die russen wie früher als die amerikaner weil die amerikaner dem den tesla technologien in ihrer mehrzahl erstmal nichts abgewinnen konnten da waren die russen früher dran also das ist eine ganz interessante auch entwicklung zwischen ost und west von der die meisten leute nichts wissen weil ihnen unklar ist wie diese technologien funktionieren es sind wirklich neue technologien die auch einem anderen versteht beständnis dessen beruhen was eigentlich der planet erde ist also wir haben als die quasi perversen gipfel technologische entwicklung die immer auch eine entwicklung der waffentechniken waren die waffentechniken jeder kultur wann immer ausdruck der führenden jeweils führenden technologien haben wir jetzt ein waffensystem erlebbar spürbar mutmaßlich dass die gesamte welt mit allem was sie darstellt sich zu eigen macht und genau da daraus leitet sich letztendlich auch ein unbedingter handlungsimpuls jetzt ab dass man dagegen eigentlich erst mal die dinge bewusst machen muss und dass man dagegen vorgehen muss es ist auch wenn man also auch für mich jetzt der sich mit dieser seit mal militär historie auseinandergesetzt hat ist es auch der logische das sind der logische ende dieses pfades von militärtechnik wir haben als letzte sehr bekannten technologien diese atombomben und wir haben jetzt im prinzip ja 70 jahre nach der atombombe eigentlich den nächsten evolutionsschritt bei in der waffentechnik die im prinzip die perversion von atomer atomaren waffen noch mal potenziert ab ist das so ungefähr richtig ja also der friedrich wagner ist ein philosoph der hat sich auch mit der nuklear alchemie wie es es selber nannte auch beschäftigt also mit der atomtechnik und sagte das gefährlich an dieser technik ist das ist atomspaltung oder fusion kernfusionen auf der erde als lebewesen oder als system nicht gibt und das gefährlich ist dass hier einzuführen das gibt es nur höchstens im weltall oder auf der sonne aber nicht auf der erde und das problem sei ja darin dass man diese gewaltigen kräfte innerhalb der erde als system freisetzt weil das nicht hierher gehört und was auch eben die die gefahren ausgemacht hat die damit zusammenhängen die ja nach wie vor bestehen und die es gibt aber inzwischen eine weiterentwicklung von technologien nicht atomaren charakters aber mit einer mindestens ebenso großen massenvernichtungswirkung die danach entstanden sind aber die durchaus auch im zusammenhang mit den erfahrungen aus der anwendung der atombombe in der atmosphäre und unterirdisch ist es hat ja ungefähr 1600 atomare versuche auf der erde gegeben auch da anknüpfen und aber auch explizit versuchen eine ähnliche wirkung also von dem von der zerstörung her zu produzieren beim militär geht es ja um zerstörung und nicht um was anderes wie die atomare technik aber die atomare technik für alle sehr gefährlich und hier geht es um eben nicht atomare massenvernichtungsmittel und dieses diese forschung ist vor allen dingen auch zurückzuführen auf die rosa libertel das eine amerikanisch kanadische biometrikerin und umweltexpertin die sich auch mit vor allen dingen mit den zunächst mal mit den radioaktiven gefahren beschäftigt hat in ihrem ersten buch keine akute gefahr frage die radioaktive verseuchung der erde dafür hat sie 1986 den alternativen nobelpreis bekommen sie ist auch dies jahr in in bonn bei der großen tagung die frau bertel ist keine verschwörungstheoretikerin sie ist über jeden zweifel erhaben in ihrer wissenschaftlichen systematischen arbeit und sie haben sich jetzt in ihren eigenen forschungen mit den ergebnissen den forschungsergebnissen von frau bettel die er immer noch lebt ja die lebt auch in absehbarer zeit hier in deutschland sein wird und sicherlich auch referieren wird hoffentlich in der zeit auseinander auseinandergesetzt und diese dinge auch für ihre fachbereiche sich erschlossen vielleicht jetzt die stichwörter über die wir reden eben schon nikola tesla als ideengeber als als inspirator dieser technologien gehört was sind es konkreten nachdem was sie jetzt herausgearbeitet haben für technologien die ist man muss es sagen mutmaßlich in der in der werkzeugkiste des militärs heute schon gibt nikola tesla hatte eine mutter die sehr naturverbunden war übrigens und dadurch ist eigentlich zu einem anderen naturbegriff gekommen wie der den wir neuzeitlich haben nämlich die erde ist ein toter stein der das leere universum rast das ist die übliche ansicht mal flop formuliert der naturwissenschaften und tesla hat die natur als lebendige gesehen und hat sich um die lebendigkeit der natur gekümmert stichwort elektromagnetismus also die die art wie die erde lebt äußert sich in elektrischen und magnetischen also nennen wir das jedenfalls prozessen also in prozessen der ausdehnung und wieder zusammenziehung also praktisch zyklisch und und also also rhythmisch und er hat sich damit schon sehr früh beschäftigt und hat festgestellt dass man diese bewegung also die erde in bewegung dass man in diese bewegung eingreifen kann indem man da wo eine bewegung ist diese selbe entweder rhythmisch verstärkt oder eben abschwächt und hat schon sehr früh experimente sogar bei sich zu hause gemacht und hätte beinah sein eigenes haus dabei zum einsturz gebracht das war sozusagen der beginn einer art erdbebentechnologie also er hat das auch so genannt er hat auch in den kleineren experimenten ganze täler zum schwingen gebracht indem also bestimmte zusammenhänge hergestellt hat die eingriffen in die die also das heißt man sieht das ja nicht aber die erde ist sozusagen ständig in bewegung pulst und pulsiert und man kann diese pulse verstärken also hat mal die bei das beispiel gebracht von einer enge hängebrücke über die ganz viele leute gehen und es passiert nichts aber dann kommt ein trupp soldaten und die geht im gleichschritt und das schwingt sich das so auf bis sie bricht und das hat er also verglichen mit dem was er mit diesen schwingungen macht dass sie die schwingungen verstärkt künstlich verstärkt und daraus ist diese skalartechnologie sagt man auch entstanden also eine technologie des eingreifens in die lebensvorgänge der erde selber und der witz ist dass das aber eigentlich außerhalb des neuzeitlichen technischen verständnis liegt weil man die erde nicht als lebewesen betrachtet sondern als toten mechanismus der wird angestoßen oder eben nicht aber dass eine selbsttätigkeit ist hat hat er eben dass das neue an ihm und deswegen wird er von vielen naturwissenschaftlern und anderen bis heute nicht verstanden weil er dieses andere verständnis der erde als lebewesen mit sich herumgetragen hat und dadurch eben auch in die lage gekommen ist überhaupt solche ideen zu haben dass die erde also ein vibrierendes ganzes ist und sowohl vom weltall her gesehen also von der stellung der erde im sonnensystem also zum beispiel auch die magnetische beziehung zum mond der jedoch innerhalb des magnetfelds der erde ist und auch im sonnensystem überhaupt und eben auch innerhalb der erde ist also auch im kern der erde magnetische elektromagnetische prozesse ablaufen die verbunden sind mit dem was außerhalb der erde läuft also in den verschiedenen vor allem den schutzgürteln die um die erde herum liegen den verschiedenen luftgürteln also die stratosphäre und vor allem die ionosphäre die selbst elektrisch aufgeladen ist und deswegen hat er entdeckt dass man also über das was da ist besondere wirkung erzielen kann und das hat eben wie gesagt das militär aufgegriffen und tesla hat schon sehr früh schon in den 30er jahren sowohl von der normalität von kontrollierten erdbeben gesprochen wie auch vor den entsetzlichen waffen die damit hergestellt werden könnten gewarnt er hat sogar geglaubt dass aufgrund der möglichkeit über den elektromagnetismus ist zerstörung aller art herbeiführen zu können dass das so furchtbar wäre dass auf diese weise in diese ganze technologie unter bann fällt und nie mehr angewendet wird und er hatte sich gehofft dass eine friedliche welt zustande kommt es gibt ja die positiven anwender von tesla technologie mit der sogenannten freien energie szene wie die victor schauberger und so weiter die die gibt es ja auch die versuchen jetzt an der brian o'leary das ist ein ehemaliger astronaut der übrigens auch für solche neuen die die neue anwendung von tesla für für friedliche zwecke wirbt da gibt es also eine ganze szene die vor allem sich auch in südamerika aufhält aber generell sind diese techniken eben vom militär übernommen worden und das was daran so was also rosalie bertell in ihrem buch planet erde die neueste kriegswaffe das übersetzen wir jetzt und werden das auch mit ergänzungen bringen das buch ist kaum bekannt geworden weil der verlag eingegangen ist das haben wir jetzt schon fast fertig auf deutsch und suchen noch einen verlag dafür und da kommen noch weitere autoren zu bord die sich heute mit dem thema befassen wie ein australischer ethiker der clive hamilton der sich mit geoengineering befasst das ist praktisch ein überbegriff für den versuch mit großtechnologien die ganze erde technisch zu verwalten und zu manipulieren da gehören sehr viele verschiedene technologien dazu die auch als generell als friedlich dargestellt werden und jetzt groß im aufwind sind und zumal die royal society wird dazu eine große tagung machen im herbst und die uno hat sich schon damit beschäftigt da sie die rosa libertell auch zur anhörung gewesen im übrigen also das heißt das ist jetzt ein gebiet das jetzt plötzlich in die öffentlichkeit kommt und da geht es darum dass man sagt wir haben den klimawandel und wir müssen was tun und über die die emissionen zu verheben zu verhindern also kohlenstoffemissionen zu verhindern das klappt nicht politisch wie kopenhagen gezeigt hat letztes jahr deswegen müssen wir andere mechanismen ergreifen um die erde vor zu viel sonneneinstrahlung zu schützen und dadurch sozusagen das wieder wettzumachen dass sie im inneren erhitzt wird also das sind ganz verrückte projekte die es da gibt aber die werden es langsam sozusagen salonfähig nur wird nicht dazu gesagt dass es immer das militär dahinter steht also wird zur rettung des planeten aufgerufen zeichnen sie einmal den verdacht den es in der wissenschaftlichen welt gibt was das militär mit diesen von tech tesla inspirierten technologien treibt welcher böse verdacht ist da in der welt ja so was tesla selber von vornherein gesagt hat er hat sogar gesagt dass man also wenn man also ich vielleicht fange vorher an dass ich erst mal sage dass schon bei den atomversuchen schäden an der erde stattgefunden haben indem nämlich der magneten gürtel geschwächt wurde also inzwischen hat die erde einen schwächeren magnet gürtel als vorher also die vertel sagt die erde wackelt sie ist also nicht mehr richtig auf ihrem kurs also der magnet gürtel ist geschwächt und der hält ja auch praktisch alles ab was aus dem kosmos schädlich auf das erdenleben wirken könnte wie ultraviolette strahlen die sind zum teil schon im vormarsch weil durch die verschiedenen atomversuche und auch die raketen technik zum beispiel des ozons der ozonen gehalt also der ozongürtel mit löchern versehen ist sie sagt wenn der doppelt so groß ist ungefähr nach 300 weiteren raketen versuchen wäre der ozongürtel so geschwächt dass praktisch nichts mehr wächst auf der erde also es ganz gefährliche situation versucht ja auch geoingenieurs mäßig den das ozonloch zu stopfen was natürlich nicht wirklich geht also da sind zum beispiel schon schäden angerichtet worden bevor man überhaupt das ist die kritik von rosalie bertell wusste was die verschiedenen luftgürtel um die er darum eigentlich bedeuten für sie also sowohl in ihrer elektrischen wie in ihrer magnetischen ausprägung und man hat dann angefangen nachdem auch tesla schon festgestellt hat dass die ionosphäre das ist ein duftgürtel in ungefähr 80 bis 100 kilometer höhe über der erde eben selber elektrisch geladen ist also ionos ionosphäre heißt es deswegen auch sich eben sehr eignet für leiter als leitmedium deswegen für alle kommunikationswissenschaften und militär kommunikationstechnologien sofort angepeilt wurde und auch die ersten großen installationen die dann allerdings erst der späte in usa das hab ist eine späte entwicklung erst anfang der 90er jahre sich genau eben mit der erforschung der ionosphäre beschäftigen aus militärischen gründen und das was was dann tesla damit zu tun hat ist dass hier systematisch die die elektromagnetischen bedingungen um die erde herum beeinflusst werden durch die diese riesigen antennen türme und wälder die da stehen also in in hab im alaska stehen ungefähr 180 solche antennen türme die also systematisch gepulst also pulsierende elektromagnetische wellen die künstlich hergestellt werden mit atomar also aus atomkraftwerken gespeist etc in den himmel schießen gleichzeitig und entweder sie können dadurch also in diese gürtel die um die erde herum sind regelrechte schneisen und und wie mit sie sagt wie mit einem mikrowellenmesser schneisen schneiden durch die dann die raketen fliegen können zum beispiel also löcher in den himmel schießen nennt man das auch und das andere was ich was besonders wichtig ist für alle weiteren technologien ist die aufheizung der atmosphäre also der ionosphäre die apparate heißen auch ionosphäre heizungen elektromagnetisch künstliche elektromagnetische heizungen die nachher das plasma das also das plasma ist praktisch eine extrem elektrisch geladene luftschicht die weiter aufheizen bis sie sich kommt zu einer art linse oder reflektorspiegel der die ankommenden wählen wieder zurück auf die erde schickt man kann das dann auch verschieben so dass also die jede beliebige punkt auf der erde erreicht werden kann über den entsprechenden winkel und diese wellen die da geschickt werden also die skala waves und so weiter dann wieder auf punkte der erde treffen wo sie fürchterliche zerstörungen anrichten weil sie mit einer unheimlichen energie daher kommen auch in dem eben durch resonanz der ganze effekt noch gesteigert wird und dadurch können sowohl erdbeben produziert werden wie vulkanausbrüche wie auch die wetterbedingungen verändert werden können dadurch also man kann sowohl dürren wie überschwemmungen auslösen und vor allem furchtbare gewitter auf fronten festhalten damit sie sich nicht verschieben wirbelstürme und so weiter also man kann wetter experimente machen man kann unter der erde also in man nennt es auch deep earth tomography also tiefen erden tomographies ne um zu sehen was ist innerhalb der erde das wird zum beispiel für die öl förderung auch ist das interessant also die ölindustrie verwendet ja auch erdbebentechnologien allerdings geringeren ausmaßes für um zu gucken wo sind noch ölfelder und wie kommen wir da dran also das hat auch wirtschaftliche gründe nebenbei bemerkt aber man kann wirklich also mit den kräften der erde selber also dem elektromagnetismus einwirken auf die bedingungen auf und unter der erde und über der erde und zwar in einem ausmaß das von natur aus nicht möglich wäre weil von natur aus ja nicht riesige antennenwälder künstlich produzierte energie in den himmel schießen was sind die belege für die existenz dieser art von technologien ja also die die frau bertel und auch andere kollegen in kanada und in australien und so weiter die auch in unserem buch dann noch zu wort kommen sollen in der neu auflage der deutschen auflage sind ja beschreiben einfach die entwicklung dieser technologie es gibt also abkommen zum beispiel bertel hat also festgestellt dass die russen und die amerikaner schon in den 60er jahren ein abkommen über den die autos auftauen des nordpols getroffen haben gemeinsam also nicht etwa im feindschaft zueinander weil sie an die bodenschätze unter wasser kommen wollen und bis wir sehen ja dass der nordpol sehr schnell auftaut zum beispiel die größte erderwärmung ist in alaska selber also in den nördlichen gebieten wo auch die meisten dieser installationen sind weil man dann schneller durch die verschiedenen luftgürtel kommt die an den polen sozusagen geringere höhe aufweisen da ist sieben grad erderwärmung in alaska also da ist schon der permafrost am auftauen und die türme fangen vielleicht schon bald an zu schwanken das ist dann so ein kleiner nebeneffekt und also die russen amerikaner sind schon dabei mit vor allem elf wellen das sind low frequency waves also besondere niederfrequente wellen die überall hinkommen weil sie den erdwellen am meisten ähneln die kommen also überall durch auch durch den gesamten erdkern durch auf der anderen seite wieder raus und werden durchgelassen also mit denen wird auch diese auftau experiment gestartet wo keiner darauf achtet im übrigen was dann ob der golfstrom dadurch verschoben wird und ob dann alle möglichen küsten städte untergehen in den in den erhöhten meeresspiegel also es gibt abkommen darüber die untersucht worden sind und es gibt halt ganz viele protokolle es gibt auch aussagen zum beispiel von dem william cohn der war mal verteidigungsminister der usa hat der also schon lange gewarnt hat davor dass irgendwelche extremisten wetterkriege führen würden und erdbeben auslösen würden und vulkanausbrüche also das heißt diese sachen sind schon längst bekannt seit jahrzehnten eigentlich bekannt nur uns nicht und das interessante ist dass wie gesagt seit in den letzten 50 60 jahren damit experimentiert wurde und dass das alles auch nachvollziehbar und dokumentiert werden kann was hier in dem buch zum beispiel geschieht oder was bei den anderen kollegen geschieht jetzt klingt das weil es eben so bisher nicht mehr realität angekommen war oder ist erst einmal verrückt total verrückt was da möglich sein soll und was dort passiert und wo man sich dann auch in der zweiten wirkung fragt wie kommen leute auf so verrückte ideen so etwas überhaupt zu wollen eben was ist für sie in ihrem in ihrem forschungsalltag der moment gewesen dass sie gesagt haben das hat eine unglaublich hohe relevanz für unsere gegenwart die belege sind authentische nachvollziehbar und sie hängen jetzt ihr wissenschaftliches renommee an diese diskussion mit ran ja das ist mir jetzt das ist mir ja wurscht also der irgendein renommee das hat mich noch nie interessiert man muss sich um die sachen kümmern die wichtig sind also wenn es hier heißt zitat earth ionosphäre sapping system das heißt übersetzt erd ionosphären tötungssysteme das sind ja völlig perverse ideen die können natürlich aus dem zivilen bereich erstmal eher weniger kommen das ist typisch fürs militär dass das niemand kennt hat damit zu tun dass die zivilen wissenschaftler es sei denn sie sind gekauft worden für die arbeiten ja auch viel mit zivilen zusammen aber für die ich meine in usa ist 60 prozent oder noch mehr der gesamten forschung vom militär bezahlt also die anderen wissenschaftler so wie ich die nichts damit zu tun haben wenn die sich dafür interessieren wenn komplett lächerlich gemacht weil man das eben nicht will also das verstehe ich schon aber es ist eben offenbar so dass man das problem ist man wir haben ja tatsächlich in den letzten 40 jahren eine enorme zunahme an naturkatastrophen also bertel sagt zehnfach im vergleich zu den jahrhunderten davor soweit man das nachvollziehen kann es gibt auch zunehmend schwere naturkatastrophen eine unheimlich also dieses jahr hat zwölf wirklich große erdbeeren über sechs in der richterskala gegeben das ist ja irgendwie kaum mehr zu erklären man kann allerdings nicht sagen das hat der gemacht und da haben diejenigen eingegriffen oder war das ein experiment oder ist das bewusst gemacht worden oder ist das ein side effect neben kollateralschaden usw das kann man alles nicht nachweisen bisher man kann nur sagen es gibt bestimmte effekte die wohl auftreten bei der mit dem ionosferic heater nämlich lichteffekte die ein paar stunden vor dem ereignis am himmel zu sehen sind die da sonst nichts verloren haben ist auch mal gefilmt worden in china bei dem erdbeeren mit sich schon haben die man aufnahme davon gemacht und auch bei haiti soll übrigens so ein lichteffekt beobachtet worden sein der dadurch entsteht dass diese aufgeheizten partikel daneben aufleuchten das ist was sonst also als deswegen heißt es ja hab heißt ja high frequency active aurora research program also aurora das ist das nordlicht aber was ich jetzt bemerkenswert finde das ist eine also vom technischen effekt her gesehen ist die ständige aufheizung der atmosphäre und die ständigen versuche die damit natürlich auch laufen sonst gäbe es ja diese anlagen nicht es gibt ja ungefähr zehn inzwischen in der ganzen welt also auch in norwegen in tromsö ist so eine anlage von der max-blank-gesellschaft betreut übrigens hier und es gibt eine schweden es gibt dann noch eine puerto rico und in australien und mehrere in der sowjetunion also russland frühen sowjetunion schon damals dass die tatsächlich aufheizen also ich frage mich immer wenn die leute von von einer aufheizung des planeten reden und von einer erderwärmung warum das nicht mit berücksichtigt wer weiß zu welchem prozentsatz das dadurch zustande kommt ist ihnen bei ihrer arbeit oder aus den berichten von frau beartell jemals ein rechenschaftsbericht darüber in die hände gefallen was an diesen forschungszentren tatsächlich für experimente laufen und was dort für ergebnisse erzielt werden ja es gibt ja im internet ist auch gucken es gibt ja auch sie hat hälter vorträge es gibt also die habe leute sind ja in alaska sind ja auch befragt worden gibt sich filme gibt es noch den nick begit der dazu forscht der am meisten eigentlich der sein leben lang dem dem eigentlich gewidmet hat sein leben dem er ist eigentlich ein arzt ursprünglich also übrigens auch nicht alles naturwissenschaftler also diese leute die sich da engagieren die haben alles mögliche zusammengetragen auch an offiziellen äußerungen also die deshalb gibt ja auch was heraus wo drinsteht obwohl es sie gibt und wird auch nicht verschwiegen dass das militärforschung sind das wird nicht verschwiegen aber was man natürlich nicht genau weiß was sie alles machen wo sie es machen man kann nichts nachweisen und vor allen dingen weiß man nicht was die wirkungen sind also zum beispiel auch für den magnetgürtel der erde und für die ionosphäre was da also die forschung dazu sind entweder sie existieren nicht oder sie werden nicht öffentlich gemacht so ähnlich wie auch in der situation mit der radioaktiven verseuchung der erde das war das erste buch von vertel die hat festgestellt dass das nicht untersucht wird in allen atomanlagen wird nicht systematisch untersucht die arbeiter die da sind und die leute dabei es wird nicht geschaut wann erkranken die woran und es wird eben unterschlagen was die wirklichen wirkungen die gesundheitlichen wirkungen dieser technologien sind und in dem falle wird bisher unterschlagen was die wirkungen für den planeten für die gesundheit des planeten erde sind das wird nicht mitgeteilt oder nicht erforscht also ich konzentriere ganz kurz mal wir haben auf der einen seite die theoretischen arbeiten von praktischen arbeiten von herrn tesla die ganz einfach diese technologien denkbar nachvollziehbar erklärbar wissenschaftlich belegbar machen wir haben auf der zweiten seite tatsächliche klima und katastrophen phänomene die in einer signifikanten art und weise zunehmen wir haben diese apparaturen die offensichtlich nach tesla systematik angelegt sind die für waffensysteme eingesetzt werden über die aber keine rechenschaft abgelegt wird was tatsächlich mit ihnen passiert und wir haben diese innere logik der waffentechnik aus der aus den frühen archaischen völkern bis in die gegenwart die einfach diese dieses verlangen der militärs nach solchen technologien wahrscheinlich macht daraus lässt sich sicher eine relevanz und eine wahrscheinlichkeit hochrechnen für diese art von ich sage jetzt mal klimawaffen erdbeben waffen und auch die die befürchtung realistisch erscheinen dass sie bereits benutzt und gegen die menschen mutmaßlich auch eingesetzt werden jetzt ist die frage das macht mir das macht sicherlich vielen menschen erst einmal begründet sorge auch angst wir müssen jetzt einmal darüber sprechen wie kann man diese systematik letztendlich auflösen vielleicht wir kommen gerade noch sollten wir an dieser stelle einen kleinen exkurs machen weil für mich jetzt als publizist und als journalist gibt es ja noch einen weiteren beleg dafür was diese relevanz eigentlich unterstreicht und ich weiß aus unseren vorgesprächen dass ihnen genau das gleiche passiert ist wie mir in meinen investigativen recherchen sie haben ja ein ganz konkretes erlebnis als sie sich das erste mal auch öffentlich zu dieser thematik in einem interview geäußert haben was ist da mit ihrem leben passiert im anschluss als sie gesagt haben es gibt diese diskussion überhaupt in der wissenschaftlichen welt und wir müssen uns damit auseinandersetzen was was wurde da mit ihnen gemacht dasselbe was in frau bettel auch beschreibt was anderen zivilen wissenschaftlern passiert die sich dafür interessieren sie werden lächerlich gemacht das hat man mir also mein institut hat sich von mir distanziert öffentlich aber gar nicht mit mir geredet so getan als müsste das sein wozu ja kein grundbestand weil ich als privat ich war nicht als institut gesprochen in dem interview sondern als privatperson also es war eine ganz merkwürdige diffamierung meiner person die folge und später sogar eine richtige kampagne gegen mich ich hätte sachen behauptet ich gar nicht behaupten konnte also ich habe dann angefangen sozusagen so jetzt nach dem ersten schreck und der ersten krankheit die dafür fuß folgte jetzt damals im interview für den standard in österreich ging es konkret um das erdbeben in haiti und da gibt es die diskussion dass das eins von diesen künstlich produzierten gewesen sein wird in der praff da diskutiert das wurde bei charles in venezuela wo ich ja lange gelebt habe diskutiert und das habe ich erwähnt und das wurde dann in der zweiten runde aber gleich gegen mich in einer weise verwendet als hätte ich gesagt die das us-militär hat haiti hochgehen lassen das ist natürlich blödsinn gewesen weil ich das ja gar nicht sagen hätte können das war also wirklich eine kampagne gegen mich die mich total mundtot und verschreckt zurücklassen sollte und ich habe dann erst mal mich gewundert bis ich das dann verstanden habe dass ich denke mir ich lasse mich jetzt nicht einschüchtert sondern ich werde mir jetzt die ärmel hochkrempeln und dann habe ich sagt jetzt will ich aber mal wissen was da wirklich los ist und dann bin ich eben auf die frau dr bertell gestoßen und ihr buch und dann haben wir als ich das buch gelesen habe da wurde mir echt schlecht also mir war überhaupt nicht gut und mir standen alle haare zu berge und dann haben wir beschlossen wir hatten eine große tagung dann in deutschland und da habe ich dann einen vortrag darüber über das buch gehalten und aufgerufen zu dieser bewegung planetare bewegung für mutter erde die gibt es jetzt gleich kommt der erste infobrief das sind schon über 500 leute drin die werden da informiert und bekommen die das was sie brauchen um also erst einmal überhaupt davon zu wissen weil dieses wissen ist nicht verbreitet ich weiß dass bestimmte leute es wohl mal mitgekriegt haben aber sich nicht trauen dazu was zu sagen also mir ist das egal inzwischen bin ich über die angst weg und durch sie durch und es mir total wurscht sondern ich habe mir schlägt mein herz für mutter erde also im buchstäblichen sinne also diesen auch alten begriff zu nehmen der uns weggenommen worden ist also wir haben nicht angst vor der erde zu haben sondern vor dem was mit ihr geschieht und haben uns auf ihre seite zu stellen ich muss noch ganz kurz ein schritt zurück sie haben in diesem konkreten erleben sie haben dieses interview gegeben es gab dann eine öffentliche kampagne gegen sie um sie zu diskreditieren und sie haben dann als diese kampagne sich ein bisschen beruhigt hatte und sie sich diese diesen weiteren wissenshorizont da erarbeitet haben hier noch mal nachgefragt bei den journalisten was ist da eigentlich gewesen so wie ich sie verstanden habe was war da ohne jetzt namen zu nennen der betroffenen journalisten weil das kann die kopf und kragen kosten was war da die resonanz was haben die gesagt warum haben wir das über sie geschrieben nichts der eine hat mir geschrieben ich weiß dass das nicht stimmt punkt und dann macht er weiter 14 tage lang und andere die habe ich auch ich habe auch gesagt stimmt doch gar nicht warum schreibt ihr das und ich kriegte einfach keine antwort also es hat mir niemand erklärt ja und dann hat sich aber was wir innerhalb der universitätsszene wichtig war unser rektor hinter mich gestellt mit einem ganz tollen öffentlichen brief in dem er gesagt hat dass ich hätte eine ganz tolle theorie das müsste man mal zur kenntnis nehmen und das sollte man auch in dem zusammenhang überprüfen und auch diese haiti geschichte es müsste alles warum man das nicht überprüfen wir sind da schließlich in einer demokratie und es gibt eine meinungsfreiheit und hat sich auf diese weise hinter mich gestellt und ich habe eine riesen solidaritätskampagne bekommen aus aller welt bin ja auch international viel unterwegs immer gewesen sehr viele leute haben sich hinter mich gestellt und sind es auch alle in der bewegung also wir haben gesagt wir müssen jetzt wenn das eine realität ist und das ist wirklich der beweis sie und andere die ich kurz genannt habe die die da auch in dem in dem buch wenn es da ist dann auch auf deutsch nachlesbar sein werden das muss jetzt unter die leute die leute müssen es muss die zivilgesellschaft erfahren davon damit sie sich überlegen kann was sie damit macht es muss eingefordert werden dass das militär nicht einfach alles machen kann was es will das geht nicht wir sind die menschheit wir fordern rechenschaft über das was sie da tun rechenschaft und wir fordern dass das was gefährlich ist nicht mehr stattfindet wir können ja nicht dafür sein oder achtlos damit umgehen dass uns plötzlich der planet um die ohren fliegt sozusagen das können wir uns nicht antun und auch der erde nicht die erde ist ein lebewesen die gaya these kennen ja inzwischen alle und eben kein toter kloß irgendwo im weltall und wir will das herz schlägt mit das ist eben das was wir hier feststellen was ich an mir im eigenen ich habe ja mein eigenes erdbeben erlebt da in mir net vor lauter und habe gemerkt wie das aber diese nähe dazu zustande kommt zu diesem planeten also ich habe vorher die erde nicht als planet gesehen und plötzlich kommt mir sie vor also als ein ganz nahes lebewesen zu dem wir zu stehen haben jetzt ist es ja so dass wenn wir darüber reden dass diese systeme benutzt werden als waffentechnik eine waffentechnik ihre ihr szenario ihr bedrohliches potenzial eigentlich nur dann entwickeln kann wenn man es auch als waffentechnik erkennt was glauben sie warum ist es jetzt noch geheim wird geheim gehandelt und wann wird der zeitpunkt sein wo man auch so wie man irgendwann die atomraketen vorgezeigt hat diese diese bedrohung auch real in die welt demonstrieren wird glaube das soll ja gerade verhindert werden im moment jedenfalls so dass also die katastrophen die stattfinden eben als naturkatastrophen wahrgenommen werden und wir können heute überhaupt nicht mehr sicher sein welche katastrophen naturkatastrophen sind und welche nicht das ist kann niemand mehr nachweisen aber wir sollen wohl davon ausgehen das sind naturkatastrophen ich denke auch es ist eigentlich wie am beginn der neuzeit als uns gesagt wurde die natur ist dämonisch und furchtbar genau wie die frauen als hexen und dies ist gefährlich und wir müssen die beherrschen das ist ja der damit finger die ganze naturwissenschaft an und an dem punkt sind wir heute wieder der ganzen welt wird demonstriert wie gefährlich die natur ist ja die leute verlieren ja alle ihren glauben an mutter erde die ganzen südlichen völker die ja das noch glauben die ja noch einen viel engeren bezug zur natur haben als wir hier in europa die die fangen jetzt alle an zu sagen mein gott in myanmar mit der überschwemmung und dann alle der tsunami und all diese dinge um gottes willen die natur ist ja viel schlimmer als wir bisher wussten fangen an angst zu bekommen und genau das ist kommt mir auch vor das ist auch so eine strategie die dahinter stehen könnte ich weiß es natürlich nicht damit die leute also diesen diesen ganzen technischen maßnahmen des geoengineering et cetera zustimmen um sich zu schützen da ist die natur wieder die böse und wir müssen uns vor ihr beschützen und so weiter und stimmen diesen maßnahmen dann zu die einfach die macht des militärs ins unendliche vergrößern würden also im prinzip geht es darum feindbild mutter erde zu konstruieren um halt diese stiefmutter jede jede art von theoretisch möglicher technik auch zu manifestieren und letztendlich zu legitimieren in der welt ja und alles andere lächer der lächerlichkeit preiszugeben oder einfach zu zerstören ja sie haben ihre planetare bewegung schon erwähnt was ist von dieser von dieser von diesem kollektiv das sich dort bildet von diesem handlungskollektiv nenne ich es jetzt einfach mal was ist von dem zu erwarten was haben sie vor was möchten sie konkret bewirken in nächster zeit ich möchte eigentlich nur dass so viele informationen wie irgend möglich die wir jetzt auf inzwischen auch sammeln weltweit dass die herumkommt die leute müssen erstmal wissen wovon die rede ist sie müssen erklärungen dafür finden was das ist sie müssen also auch diese was ist das für eine technologie das muss beschrieben werden auch für leute die keine naturwissenschaftler sind es geht ja alle an wir sind ja alle betroffen also daran liegt mir dass es einfach in die öffentlichkeit kommt und von möglichst vielen leuten erstmal gewusst wird denn solange die leute denken das ist verschwörungstheorie das gibt es alles gar nicht ist das ja absurd das es gibt es wir wissen aber nicht wo und wie und was und müssen also zum beispiel ich habe auch vor die münchner rück mal anzufragen ob die nicht weil die dauernd für naturkatastrophen milliarden zahlen interesse daran hätten eine forschung mit zu unterstützen in der also wissenschaftler die eben nicht gekauft sind darüber forschen zum beispiel wie kann man diese lichteffekte wie kann man das feststellen wie wir das zusammenhängt wie kann man das untersuchen das zum beispiel also wenn man zum beispiel alle installationen anlagen der welt zu machen würde dann wäre wahrscheinlich plötzlich das klima viel kühler und so wäre ja auch interessant dann könnte man also feststellen wer dazu welcher erwärmung wo beiträgt und solche sachen also man kann das ja mal laut denken und man kann darüber nachdenken es gibt ja auch ein ein abkommen der unu das en mod abkommen entweder mental modification abkommen von 1976 in dem das verboten ist das einzige juristische was überhaupt existiert in dem solche modifikation auch der jones fair verboten sind aber das ist eben nicht in wirklichen anwendungen oder es wird immer umschiff durch irgendwelche umbenennungen und so weiter also es passiert da nichts und es gibt nur noch jetzt von dem michael sehr diesem philosophen einen ganz interessanten vorschlag den er gemacht hat anlässlich des golf von mexico drama dramas der gesagt man müsste die natur also auch wieder als lebendig sehen man müsse die natur als subjekt anerkennen und in ihrem namen gegen die verletzung die sie da erlebt hat klagen können also die die natur würde als subjekt praktisch ein rechtssubjekt das klagen kann gegen ihr den eingriff in ihre in ihr in ihr leben das finde ich eine sehr interessante geschichte ich werde ihn auch anschreiben den michael sehr der weiß nicht ob sie den kennen das sind ja die nordwestpassage und hat ja schon geschrieben also da geht es ja jetzt auch darum dass das eisfrei wird am nordpol als solche initiativen aufzugreifen und mit solchen leuten zusammenzuarbeiten wie auch denen die eben die tesla technologie im friedlichen sinne anwenden wollen was ist ihre ganz persönliche meinung über diese technologie die sie dort mehr für sich entdeckt haben die sie in ihrer arbeit jetzt als als ja acker den es zu bearbeiten gibt denn es zu verhindern gibt letztendlich für sich mehr erschlossen haben was ist ihre ganz persönliche meinung über das was sie dort an fakten an persönlichkeiten und an szenarien sehen ja erstmal ist das natürlich erschreckend das ist wirklich erschreckend aber für mich hat es eine logik es ist genau die logik dieser diese alchemistische logik der weltverbesserung die in die welt vernichtung führt das ist genau das was hier stattfindet und zwar mit klarem bewusstsein aber ohne jede öffentliche kontrolle und was mich umtreibt ist dass die öffentliche kontrolle dahin gehört und natürlich also was für mich als wissenschaftlerin ich hätte mir das niemals vorstellen können wie auch jeder normale mensch sich das nicht vorstellen kann also das ist wirklich eine perversion wie sie gesagt haben der der höchsten dimension der ultimative muttermord das also jetzt wirklich mutter erde zu ermorden oder das risiko einzugehen das ist ja ein gedankengang was auch immer dann passiert eben tatsächlich den den man nur fassen kann oder versuchen kann zu fassen wenn man eine patriarchatskritik hat sonst kann man das gar nicht und viele leute können das noch gar nicht verstehen weil sie diesen ansatz nicht haben also ich kann das sozusagen innerhalb dieser logik verstehen insofern bestätigt mich das sozusagen leider also ich würde mich viel lieber irren und er hätte nicht keine erklärung dafür aber ich habe eine erklärung dafür wie es so weit kommen kann und gerade deswegen muss ich aufklärend wirken auf andere menschen eben weil ich den blick dafür sozusagen habe warum das stattfindet das kann man glaube ich als normaler mensch sonst nicht haben wenn man diese analyse nicht hat zum ende der sendung wann denken sie wird es das buch auf deutsch planet earth the latest weapons of war geben was denken sie in welchem rahmen also dass die übersetzung ist fast fertig also die mutter muss doch geschliffen werden es gibt noch ein paar fachausdrücke ein ganz prima übersetzer gemacht wir haben wir brauchen auch noch geld und wir haben nicht genug geld für ihn und wir haben auch noch keinen verlag also wir suchen noch einen verlag manche haben sich schon interessiert aber es gibt noch keine irgendwie verhandlungen ja ich denke dass das nächstes jahr dann irgendwann kommen wird aber früher nicht als nachweis der wissenschaftlichen basis dieser diskussion dann auch im deutschsprachigen raum im englischen nicht sehr bereits vor ja im englischen aber nicht gelesen worden weil das vor zehn jahren schon erschienen und der verlag eingehen also das hat niemand zur kenntnis genommen selbst leute wie wandana schieber also die ja selber physikerin ist hat das noch nicht gelesen und das ist ganz schrecklich gerade das haben sie noch gelesen das nicht mehr und das wird also jetzt nur von rosalie selber verwaltet sie schickt auch wenn man sie anschreibt schickt sie auch am exemplar zu aber das hat keine weitere verbreitung das wahrscheinlich auch irgendwie weiß ich wie das zustande gekommen ist und komischerweise kennt es niemand aber jetzt wie gesagt kommt es ist wahnsinnig aktuell es hat auch noch mal den ansatz an der atomtechnik fängt also damit an und die kritik ist auch noch mal damit drin und enthält dann eben das was in den letzten zehn jahren wichtig geworden ist auch noch plus ein paar analysen von anderen wissenschaftlern also wenn man sich anschaut in der vergangenheit wie öffentliche diskussion installiert initiiert und stattgefunden haben dann gehe ich persönlich davon aus dass mit verfügbarkeit dieses buches unter argumentationen die dahinter stehen unter belege die daher aufgelistet sind dieses thema auch neben der relevanz die es jetzt schon hat denn es geht jeden an wird es auch sehr sehr schnell in die köpfe der menschen eingang finden und dann werden halt die antworten der menschheit auf diese szenarien wir haben schon mal eine sehr starke friedensbewegung gerade jetzt in diesem land erlebt wir brauchen eigentlich jetzt mit diesen neuen szenarien eine globale friedensbewegung um diese dinge noch zu verhindern ja die friedensbewegung hat sich da nicht interessiert auch die attack bewegung nicht also es gibt die wissen schon davon aber es sie trauen sich alle nicht daran und das militär ist tabu das ist das eine problem also ich weiß es gibt über japanisch gibt es das buch noch das hier das gibt es wohl also die japaner können das lesen und wir wollen auch dass das dies noch mal aufgelegt wird jetzt zusammen mit den neuen beiträgen die auf englisch erstmal auch da sind das ist auch als englische version noch mal richtig irgendwie rauskommt dafür haben wir jetzt auch schon neue ideen das ist auch englisch und deutsch noch mal richtig weil es eben englischen ja auch nicht wirklich bekannt ist das ist also doppelt und dreifach genäht denn unsere bewegung ist ja auch international wir haben also auf englisch spanisch und deutsch alle texte versuchen wir zu bringen und das geht ja rund um die welt und 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 mit dem mit den leuten in bolivien diese pachamama bewegung von dem morales dem indio präsidenten von bolivien mit dem sind wir auch schon in kontakt hat auch schon mein buch auf spanisch über die theoria kritiker del patriarcado sich kommen lassen also mit diesen leuten das ist diese pachamama das ist der spanische begriff für muttererde der indigene begriff und diese leute sind ja wirklich diejenigen die das ganz klar sehen während die ganzen leute die auf der seite der moderne geblieben sind plus die linken sehen ja gar keinen handlungsbedarf nicht wirklich und die leiden auch nicht darunter weil die sozusagen dieses feeling für das lebendige in dem wir hier sind irgendwie nicht aufbringen was auch immer das bedeutet und diese indigenen ich meine ich habe lehrer lang da gelebt und kenne mich da ganz gut aus haben dann ganz anderen zugang dazu deswegen werden wir uns auch sehr stark auf die beziehen in der bewegung auf die indigenen gruppen ja eben wie sie sagen lateinamerikanischen südamerikanischen raum sind diese themen jetzt auch gerade diese 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 klima- und erdbebenwaffen dort wird diese rechenschaft eigentlich von uns von uns von der westlichen welt wird bereits eingefordert wir wir drängen das mal so ein bisschen zur seite da ist es schon thematisiert da kam ja auch letztendlich der impuls jetzt für ihre ganz konkreten forschungsarbeiten der letzten monate her weil sie das eben in diese westliche welt als thema hineingetragen haben es gibt auch russen also die zum beispiel das institut für strategische was ist nicht genau wie also das gibt auch russen die sich damit befassen übrigens mehr als man meint also wie gesagt es ist inzwischen wirklich eine internationale aufbruch aber was nicht was in der geoengineering szene und auch der kritik daran noch nicht angekommen ist sind die tesla technologien das haben die nicht begriffen also es hat mich richtig erschüttert ich bin ja jetzt relativ neu in dem ganzen erst seit frühjahr dass ich mich damit beschäftige gibt die leute die schon seit jahren da sind und die hatte zum beispiel gibt es in belgien und griechenland solche bewegungen die hatten auch eine große tage um jetzt im mai und die haben die haben dieses thema dieser elektromagnetischen dieses color wave technologies haben die nicht mit drin ich bin schon streiten mit denen ich verstehe gar nicht warum die das nicht machen also die ganze tesla line in der in der geschichte die ganze technologie wird einfach nicht gesehen oder wahrgenommen und das finde ich ganz komisch da sehe ich so richtig meine aufgabe drin das auch konkreter zu fassen und erklärbar zu machen weil sie rosalie macht das sehr gut da kann man ich fange schon an physik noch nachträglich zu studieren oder sowas also um das überhaupt rüber zu bringen was das ist dieses arbeiten mit den lebendigen kräften der erde ich kann ihnen versprechen dass viele kollegen aus dem mainstream diese sendung sehen werden das ist meine hoffnung jetzt am ende der sendung dass all jene die multiplikatoren sein können für diese problematik die wir heute dargestellt haben diese problematik auch weitergeben wir haben keinen unendlichen urheber anspruch auf dieses thema dieses thema muss multipliziert werden und wir fordern von hier ausgehend mit der unterstützung dafür frau von werlhoff die ja die die rechenschaften die 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 für fordern rechenschaft über die verwendung dieser tesla technologien in einrichtungen wie hab und ähnlichem alles klar herzlichen dank mit diesem herrlichen versprecher verabschiede ich mich ihnen alles gute nach hause bis zum nächsten mal ihr jan gaspar